So und heute gibt es das erste Video zum neuen Format FLYVE-Umfragen, ich nenne es einfach mal so. Und zwar ist der Plan dieses Formats einfach, dass ich jedes Monat bzw. jede Woche eine Umfrage durchführe. Und sozusagen quasi eben vier im Monat. Und damit haben wir eben vier kleine Umfragen, die wir dann am Monatsende miteinander besprechen können, bzw. am Monatsanfang bzw. dem Anfang am kommenden Monat. Und ja, ich will euch einfach so ein bisschen, ich sag jetzt auch mal, gewissermaßen besser kennenlernen. Einfach so ein bisschen herausfinden, wie denkt ihr, wie denkt die FLYVE-Community, was bevorzugt sie, was mag sie nicht. Und ja, genau. Fangen wir einfach direkt mal an, Frage Nummer eins. Was bevorzugt? Ich muss dazu sagen, die Formulierungen waren teilweise ein bisschen blöd und ich muss mir ein bisschen mehr Mühe geben, die zu formulieren, denn manche Sachen sind ein bisschen doppeldeutig. Okay, also, was bevorzugt ihr? Vier Prozent bevorzugen Einzelrates. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte mir, das sind um einiges mehr. Ich habe so mit zehn, vielleicht sogar 15 Prozent gerechnet. Lowrate sind 17 Prozent, habe ich auch ein bisschen niedrig gefunden. Highrate mit 57 Prozent fand ich allerdings einigermaßen realistisch. Ich dachte mir schon, dass Midrate mit Abstand das beliebteste ist. Dass der Abstand so riesig ist, hätte ich mir aber dann trotzdem nicht gedacht. Ich dachte mir, vielleicht so 30 Prozent, vielleicht 40 Prozent. Aber 57 Prozent habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Highrate mit 15 Prozent und Geweser mit 7 Prozent. Das habe ich eigentlich so erwartet. Das ist eigentlich relativ realistisch. Es gibt immer so eine Gruppe, die das feiert und halt eben generell ganz gern mag und so. Aber die Gruppe war nie wirklich groß. Also Geweser waren nie groß. Ich glaube, es gab kein Geweser mit mehr als 300, vielleicht 400 Spielern oder so. Also es gab es eigentlich, meines Erachtens zumindest, eigentlich nie. Bei Umfrage Nummer 2 haben wir auch etwas, was mich persönlich interessiert aus Sicht für die Spielentwicklung. Und zwar, wenn ihr eine Sache in FLY verändern könntet, was wäre es? Es sind jetzt einfach mal fünf Auszüge bzw. fünf Fragen, die manchmal so in Gönnissen kamen. Natürlich gibt es tausend, die man hier angeben könnte. Aber ich kann auch fünf Optionen angeben, deswegen habe ich das mal so ein bisschen begrenzt. Okay, die Grafik verbessern. Ich dachte mir eigentlich so, dass diese Option kein einziger wählen wird. Aber es ist tatsächlich die zweit bzw. dritt beliebteste Option. Und dann eben auch noch vor Quests und bestehende Klassen bearbeiten. Hätte ich mir echt nicht gedacht, weil ich mir dachte so, okay, die FLY-Grafik ist wirklich zeitlos. Die ist halt eigentlich voll okay oder so. Aber tatsächlich, ein Fünftel sagt etwa, machen wir besser. Fand ich krass. Dann die beliebteste Option bzw. die beliebteste Auswahl hier ist, mehr Klassen hinzufügen. Habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Das war absehbar. Und muss ich auch sagen, finde ich eigentlich auch noch eine ganz nette Idee. Also, ich finde, vier Klassen sind natürlich nett. So, ja. Drei Klassen wird einfach viel zu wenig für Game of Life. Also halt drei Grundklassen. Vier sind halt so das, was man erwartet. Zum Beispiel auch Torchlight 2 und ich glaube auch Torchlight 3 haben vier Grundklassen. Ähm, das ist einfach so dieser Industriestandard bzw. dieser Genre-Standard. Ähm, eine fünfte Klasse wird allerdings FLY-Grafik schon echt noch ein bisschen herausstellen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja oder es gab ja auch diese Klassen bzw. die Pläne für diese Klassen. Ähm, ich glaube, dass Galalab sogar, also von dem, was ich jetzt gehört habe. Ja, ja, ist natürlich so hören und sagen und so. Aber es gab ja damals die Abstimmung, ob der, ähm, ich glaube Doppelgänger oder Doppelgänger oder der Akrobat ins Spiel hinzugefügt werden soll. Und um diese Abstimmung, glaube ich, abzuhalten, gab es mal zeitweise beide Klassen im Spiel. Das war, glaube ich, FLY-V4. Und das heißt, diese Klasse Doppelgänger oder Doppelgänger, die existiert eigentlich schon. Das heißt, natürlich gibt es vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht keine zweite Klasse, also keinen zweiten Jobchange davon und keinen dritten Jobchange selbstverständlich. Aber die Klasse, selbst die Grundklasse würde eigentlich schon existieren. Das heißt, eine fünfte FLY-V4-Klasse gibt es eigentlich zumindest irgendwo in den Schubladen von Galalab. Und ich kann nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und auch nach so einer Umfrage und auch, ich denke mal, im Forum wird man ja sowas auch damals tausende Male gelesen haben. Sagen wir zumindest zig Male gelesen haben. So, hey, mach doch mal, füge doch mal eine neue Klasse hinzu und so. Und Galalab hockt halt da und denkt sich so, ja, könnte man machen, aber wir machen es nicht. Und das muss ich sagen, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also, warum nicht eine fünfte Klasse hätten, wenn es dann vor allem eine fünfte Klasse sogar geben würde? Why? Warum? Also ja, guter Auswahl auf alle Fälle. Allerdings ist hier sehr, sehr viel, sehr diversifiziert das Ganze, was mich auch, was ich ganz cool finde. Also generell, man kann sagen, es hakt in allen Ecken unten, aber es gibt auch nichts, was es wirklich so komplett fehlt. Also man kann es so und so interpretieren. Genau, Quests zur Progression hinzufügen, ähm, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass es so viele sind, 11%. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, Quests machen natürlich schon ein bisschen Spaß, können Spaß machen. Ähm, allerdings, ich persönlich spiele halt nie Games, die halt nur Quests haben für die Progression, weil es mir einfach zu blöd dann irgendwann. Gibt halt effektiv nur so drei Questtypen, alle anderen fallen in die gleichen Kategorien, diese Reihe. Und, aber ja, halt so ein paar wären natürlich schon mal ganz nett irgendwie. Bestehende Klassen komplett überarbeiten, ähm, 13%. Ja, darunter bin natürlich vor allem einfach mal zum Beispiel, ja, ähm, Rebalancing. Vielleicht irgendwie neue Skills, ähm, gute Skills zu bearbeiten haben wir dann trotzdem unten nochmal, das könnte man vielleicht so ein bisschen zusammenführen. Ähm, natürlich, ich meine gerade so, Skills und Flives sind absolut useless. Außerhalb von Mages sind Skills useless. Self-Buffs sind okay, cool, aber alle anderen Skills kannst du in die Tonne hauen. Und vielleicht sowas wie Hop und Assayl ist noch cool, aber der Rest ist halt, ähm, nutzlos, wirklich effektiv. Ähm, also auf alle Fälle ist es auch noch, also was Klassen anbelangt, glaube ich, ist das Potenzial relativ groß. Klassen bearbeiten, neue Klassen herzufügen. Eigentlich beides gar nicht mal so unmöglich. Ich meine, es gab ja auch mal ein Schleifendes System, wo man mit die Skills, ähm, leveln musste. Also quasi nutzen musste, um sie zu leveln. Ähm, würde ich halt immer wieder gut finden, wenn man sowas einbauen würde. Komischerweise gab es auch in Seven Days to Die so ein System, bis sie es dann rausgepatcht haben. Ähm, da gab es 100 Level für zum Beispiel Mining und durch Mining hast du diesen Mining-Skill gelevelt. Jetzt musst du dann irgendwelche Magazine finden und halt dann Skill-Punkte rein skillen, was dann irgendwie gar keinen Sinn ergibt irgendwie. So, und, also dieses System gibt es in ganz vielen Spielen irgendwie, aber ganz viele Spiele, oder fast alle Spiele, entfernen das System wieder. Ähm, und jedes Mal ist es übrigens so, dass die Community so eigentlich ziemlich beschissen findet. Ich verstehe nicht, warum die das machen. Okay, dann noch ganz kurz die Kommentare. Ich finde die Grundidee, dass Klassen zusammenspielen gut, nur kommt es in Flyfe immer dazu, dass Leute mit 8 Accounts spielen, anstatt zusammen zu spielen. Ist ein großes Problem vielleicht, ja. So, Leveln und Legion finde ich halt okay. Ähm, allerdings halt so in Flyfe Universe, dass man halt 8 Klassen braucht, äh, sorry, 8, 8, 8 Accounts braucht, um maximal eine XP rauszuholen, ist es halt an Stupidity einfach gar nicht mehr zu verbieten. Es ist halt einfach wirklich dumm. Es ist, ich meine, es war von Anfang an wahrscheinlich für die Absehbar, dass das passiert. Und die haben es trotzdem gemacht. Also warum das Ganze? Es macht irgendwie wenig Sinn. Ähm, das ist dann doch wieder, dass es zum Solospiel wird und so. Genau. Ähm, ja. Finde ich genauso. Ähm, wobei ich ganz, ganz selbst eigentlich Flyfe als Solospiel spiele. Und nun verkaufen Items eigentlich. Äh, in Multiplayer-Form wirklich feier. Ähm, also im Prinzip, Gilden finde ich interessant. Handel finde ich interessant in Flyfe. Also vom Multiplayer-Aspekt her. Ähm, GW ist noch interessant. Und dass man sich gegenseitig sieht und halt so ein bisschen das Equipment, ähm, vergleichen kann. Dass es Sinn macht, halt irgendwie Cash-Shop-Sets und so zu tragen. Weil halt eben das Aussehen verändern. Und Inspekten halt und so und chatten. Das sind eigentlich in Flyfe so die einzigen Multiplayer-Aspekte, die wirklich mir Spaß machen, persönlich. Dann gibt's noch eine andere kleine Frage, beziehungsweise eine Video-Idee. Ähm, Prinzip wäre ein Tiefkreis finde einer Spielanalyse von anderen MMOs und deren Lösungen interessant. Wie man vor allem bei Level 60 Plus eine stabiler Basis von Spielern beibehalten kann. Dies funktioniert nur unter der Voraussetzung eines gemeinsamen Ziels. Aber auch bei den Gilden finde ich halt Flyfe keine Gamification implementiert. Ähm, genau. Also im Prinzip, ähm, Gilden sind einfach nicht gut ausgebaut. Ähm, ja. Alles in Flyfe ist irgendwie gut... Also, alles in Flyfe ist... Wie soll man das am besten noch sagen? Flyfe hat sehr viele Sachen begonnen, aber sehr wenige Sachen wirklich fortgeführt oder zu Ende gedacht. Oder auch zu Ende entwickelt. Gilden sind halt nett. Ne, ich glaube, ich gehe darauf ein extra Video ein. Das ist besser. Dann Umfrage Nummer 3. Ähm, wieder sehr interessant, wie ich finde. Und, ähm, was müsste passieren, dass du wieder Flyfe-Office spielen würdest? Andere Gründe in den Kommentaren. Ähm, es gibt hier theoretisch auch sehr viele Gründe, als ich hier aufführen kann. Und ich hätte eigentlich am liebsten 20 Gründe aufgeführt, aber dafür ist einfach nicht der Platz da. Der erste wichtigste Grund, warum die meisten eigentlich damals, damals, so 2008, 19, 11, 12, 13, auf Pesach gewechselt sind. Und, ähm, wegen zu viel Pay-to-Win und wegen einem generell zu teuren Cash-Shop. Also, damals, Flyfe war ja damals noch teurer als jetzt mittlerweile. Ähm, beziehungsweise es gab laut Kommentar auch zweimal eine, ähm, Sengung der Cash-Shop-Preise. Und, naja, Pay-to-Win und Flyfe ist wirklich riesig, ein riesiges Thema. Privatserver finanzieren sich trotzdem ohne Pay-to-Win oder mit zumindest wenig Pay-to-Win. Ähm, die Frage ist, warum kann es Offi nicht? Naja, ich sag mal so. Also, ich weiß eben aus einer guten Quelle, dass eben, ähm, die Lizenz für Flyfe, also die rechtmäßige Lizenz für Flyfe, sag mal so, ähm, einen sechsstelligen Betrag im Jahr kostet. Das ist verdammt viel Geld. Und, natürlich, ich glaube auch nicht, dass die Flyfe-Lizenz jetzt noch so viel kosten sollte. Und Gala Lab ist natürlich absolut, ja, komplett entkoppelte Realität. Also, ich meine, schaut mal her. Flyfe hat 80, 85% des Spielers verloren. Vielleicht war damals die Lizenz wirklich einen sechsstelligen Betrag wert. Möglich, absolut. Aber, jetzt noch? Also, ich meine, wenn das Spiel 80% des Spielers verliert, dann sollte auch die Lizenz um 80% günstiger werden. Und würde es halt eben statt, ich sag jetzt einfach mal, 100.000 Euro, ähm, oder 100.000 Dollar, ähm, halt nur noch 20.000 zum Beispiel kosten oder so, dann wäre es auch machbar. Und, ich glaube auch, dass sogar Flyfe-Privatserver sich die Office-Lizenz vielleicht holen würden. Aber, ja, also, da hapert es halt wirklich wieder an ganz vielen Ecken und Enden. Äh, auch hier, wie so oft, ist einfach Gala Lab selbst dran schuld. Und, naja, natürlich, ich meine, mit so einer teuren Lizenz muss halt ein Game leider auch Pay-to-Win sein und teuer sein. Ähm, es ist halt einfach nur dumm, was die da machen. Und, naja, es kann natürlich sein, dass die, äh, andere Verträge mittlerweile haben, die tatsächlich günstiger sind. Denn Offive Live spielen halt scheinbar kaum noch Leute. Und insofern glaube ich halt, dass die Lizenz gar nicht mehr so teuer sein kann, wie damals. Das heißt, dieser sechstallige Betrag ist wahrscheinlich auch schon günstiger geworden. Aber halt too little, too late, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, 51% auf alle Fälle. Die Mehrheit der Spieler geben als einzigen Grund, beziehungsweise als einzigen Grund, der größte Grund für die, ähm, für die Hälfte der Spieler, warum sie auf P-Servern spielen, ähm, auch wenn sie nicht ganz repräsentativ ist, äh, ist auf alle Fälle die Kosten und der Pay-to-Win-Aspekt. Kann ich mich halt genauso anschließen einfach. Höhere Rates, ähm, für XP und Drop, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, ich vermute mal, die meisten hätten ganz gern drei oder so Punkte angegeben, gleichzeitig. Ähm, geht halt leider nicht. Höhere Rates auf alle Fälle, ja. Also ich verstehe nicht, drei Rates in Offive wären eigentlich perfekt. 2x oder 3x? Eher 3x, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, warum man das noch immer nicht hat. Also ich weiß auch nicht genau, warum man nicht die XP erhöht, wenn man das Level-Cap erhöht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und dann, ich meine, natürlich macht das die anderen, die bereits gelevelten Level, ein bisschen wertloser. Natürlich wird eben auch so dieses Prestige von Hero dann eben entwertet. Aber gewissermaßen ist das halt auch wieder eine Frage der Vergangenheit, eine Frage der Nostalgie, die in einem Spiel wie Life zwar wichtig ist, aber wenn man nur zurückblickt, kann man halt eben nicht wirklich an die Zukunft blicken. Also, ich würde sagen, das Prestige von Hero, von diesem Kürzel Hero, ist wichtig, aber es ist nicht wichtiger als die Zukunft von Flive, als die Zukunft der Spieler, die dann eben sagen, okay, die XP steigen, ich habe jetzt wieder mehr Lust zu leveln, mehr Lust zu farmen und so. Und das ist einfach ein großer Fehler. Solo Dungeons, ja, natürlich in Flive brauchst du für alles 1000 Spieler gefühlt. Ich sage jetzt mal drei bis acht Spieler, also quasi eine volle Party an den Ebenen sehr oft, zum Beispiel für Behemoth oder so, das ist halt leider normal, oder war damals normal. Season Service, uninteressant, klar, leichtere Einstiege und bessere ins Midgame vorankommen. Fand ich persönlich wichtiger, hab mich überrascht, dass sie nicht mehr das ausgewählt haben. Aber, ja. Okay, nochmal ein interessanter Kommentar. Seit dem letzten Mal, als du gespielt hast, hat sich das Ganze erheblich verbessert. Früher hast du im Cash-Up 9.999 Cash für 40 Changes bezahlt. Heute zahlst du 3.500 und bekommst 5.95. Okay, wir haben hier Faktor 3 und Faktor 2,5. 6 bis 7 ungefähr, oder? Ich glaube, es ist 6 bis 7 günstiger geworden. Ist das korrekt? Hab ich einen Lenkvier dran? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, Faktor 6 bis 7 haben wir ungefähr. Okay, das ist auf alle Fälle ein guter Punkt. War mir nicht klar. Ist aber wirklich extrem nötig und notwendig. Denn, ähm, naja, ich meine, wir haben es eben gesehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Allerdings muss ich auch hier wieder so das Ganze kritisieren. Also, vielleicht kritisieren, oft kritisieren. Diese ganzen Umrechnungskurse haben keinen anderen Wert, außer den tatsächlichen Preis zu verschleiern. Und, ich finde es schade, dass sowas noch immer nicht als Betrug gewertet wird. Denn, effektiv, also, ich meine, stellt mal vor, ihr geht, äh, irgendwie, ihr geht, äh, angenommen, ihr wollt in Russland. So, ja, ähm, die Preise für alles sind ziemlich hoch, irgendwie ein Stück Brot kostet 200 Rubel oder so, keine Ahnung. Ähm, und die, ähm, die Russen, die russischen Geschäfte würden dann einfach hinschreiben, würden den Preis einfach zum Beispiel in, sagen wir mal, Schweizer Franken angeben. Irgendwie so, keine Ahnung, 0,1 Schweizer Franken oder so. Jeder würde auf die Idee kommen und sagen, so, das geht doch nicht. Warum gebt ihr den Preis in Schweizer Franken an? Wir haben, wir haben Rubel und, ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es illegal wäre. Aber, hier ist es einfach so, und ich muss auch sagen, leider in dem, ich meine, ich bin nicht gerade für Regulierung, aber ich bin der Meinung, dass diese Art von Regulierung wirklich wichtig wäre. Ja, dann, es, es verschleiert, es gibt keinen einzigen Grund, wirklich, es gibt keinen Grund, keinen technischen Grund, keinen, keinen Gamification Grund, keinen, 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 keinen Gameplay Grund oder sonst irgendwas, warum man seine, sein Geld, seinen Euro in Punkte umwandelt und die dann wieder in Punkte umwandeln muss und dafür zu bezahlen. Es gibt keinen anderen Grund, außer den Preis zu verschleiern, dass man zum Beispiel aus 10 Euro nicht 1000 Coins bekommt, sondern dann irgendwie 3500 Coins, die man wieder umwandelt zu 95 oder so. In meinen Augen ist es Betrug und sollte auch einfach verboten werden. Ähm, XP-Rand wurde zwar nicht erhöht, aber seit Anfang des Jahres haben wir fast durchgehend 2-3,5-fache XP, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, da habe ich den Kommentar noch nicht mehr genau durchgelesen. Ähm, finde ich eigentlich perfekt für Vlife. Wir bekommen auch häufig Coupons mit Amplis, das gab es auch damals schon, fand ich immer ganz nett, aber man hat sich nie getraut, die zu nutzen damals, wo man dachte so, ja, das ist bestimmt was Einmaliges und dann haben wir es nicht genutzt. Äh, heute ist ein Coupon mit 15x Amplis bekommen, sorry, 15x Amplis, nicht 15-fach Amplis, sondern 15x Amplis, das sind diese Ultra, diese, glaube ich, die schwächeren Ultras, es gibt die Ära-Amplis, die Ultras und dann die X-Amplis, die schwächeren. Ich glaube, Ultras bringen 200%, die X-Amplis bringen 100% oder so. Du bekommst noch eine Anfängerbox, in der für 30 Tage CS, diverse Cash-Shops-Croils und vieles, vieles weiteres drin ist. Ist nice, aber das Problem ist natürlich trotzdem, senkt es nicht das Pay-to-Win-Level, denn effektiv müsste man sonst die Scroils irgendwie farmen können. Äh, die meisten Anfänger reichen momentan in wenigen Wochen Hero. Okay, also ich muss sagen, allein dafür wäre es eigentlich schon lustig, irgendwie mal einfach mal auf Hero durchzuziehen und einen Hero im Office zu haben. Einfach für das Statussymbol. Das wäre eigentlich schon witzig. Die Moits plus 12 und die Gospus 18 bekommst du inzwischen praktisch geschenkt. Ja, das ist halt irgendwie cool und irgendwie schade. Ich meine, schauen wir mal das Video an, damals von den Yakushi-Rekorden. Damals gab es keinen Soul-Schmuck. Yakushi hatte halt plus 20er Vigors und plus 20er Demols. Heutzutage ist es halt wirklich nichts mehr wert. Finde ich schade irgendwie. Aber, naja. Kritikpunkt Spielerzahlen. Es haben extrem viele Spieler damals zu den Universe gewechselt und ja, seitdem ist es schwierig. Vermutlich haben wir keine 100 aktiven Spieler mehr. Ähm, ja, das ist ein Riesenproblem. Ähm, und natürlich seitdem auch die YouTuber weg sind, ist es ganz kritisch. Also, ja. Ich überlege es mir. Und last but not least, die letzte Umfrage. Wie viel darf, mit Schreibfehler, ein Durchlauf live auf einem P-Sower für dich maximal kosten? Die Frage habe ich extrem beschissen formuliert. Ich hätte formulieren sollen, wie viel gibst du maximal auf einem Live-P-Sower aus? Natürlich, jeder will so wenig ausgeben wie möglich. Insofern ist die Frage, ist die ganze Umfrage eigentlich für die Tonne. Ähm, wir gehen trotzdem mal drauf ein. Maximal 20 Euro, sagen 52 Prozent. Ja. Ich habe 40 Prozent etwa erwartet. 30, 40 Prozent. Ich dachte mir tatsächlich so, die meisten geben so zwischen 25 und 30 Euro aus. Da dachte ich mir, es ist wirklich so der größte Anteil. Natürlich, die Frage ist ganz, ganz blöd formuliert und deswegen weiß ich nicht, ob das tatsächlich jetzt das Ergebnis widerspiegelt, was ich mir gedacht habe. Es kann sein, dass die meisten halt wirklich mehr ausgeben als 20 und einfach nur die Frage blöd ist. Ähm, genau. Sehr großer Teil mit 52 Prozent, maximal 20 Euro. Dazu muss man sagen, die durchschnittliche, beziehungsweise ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das ist schon einige Jahre her. 2017, 2018 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, es gab eine Gegenüberstellung verschiedener Online-Games. Wie viel die Spieler im Durchschnitt zahlen. Damals war League of Legends auf Platz 1. Ich glaube mit 8 bis 9 Euro. In Flythe liegt es weit, weit, weit über 8 bis 9 Euro pro Monat. Ähm, ich denke mal, der Durchschnitt ist weit über 8 bis 9 Euro. Ich denke mal, der Durchschnitt wird wahrscheinlich so über 20 Euro verliegen. Ähm, einfach weil viele nichts ausgeben und viele einfach weit mehr als 20 Euro. Und, gut, natürlich, so ein Durchlauf dauert in der Regel aber halt auch nicht so lang. Er dauert länger als einen Monat, aber er dauert kürzer als irgendwie nur ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so. Ich denke mal so zwei bis drei Monate etwa. Für die, die halt viel donaten, dauert er meistens sogar kürzer, weil sie einfach schnell alles erreichen. Ähm, wir können, vielleicht erreicht, vielleicht erreicht es sogar die ähnlichen Zahlen wie League of Legends damals. Könnte wirklich sein, das weiß ich gerade nicht genau. Äh, 20 bis 50 Euro mit 26 Prozent, ähm, da habe ich viel mehr erwartet. Da ordne ich auch mich persönlich ein. Ich bin so bei 25 Euro Maximum. Finde ich okay. 50 bis 100 Euro sagen 5 Prozent. 100 bis 300 Euro sagen 12 Prozent. Äh, 10 Prozent, wenn 4,2 Stimmen. Und 12 Prozent sind dann, ähm, 5 Stimmen, glaube ich. Für 5 und 42 sind 100 bis 300 Euro wirklich okay. Das ist echt krass. Und 5 Prozent, das müssten 2 sein. Ja, 2. Äh, sind über 300 Euro sogar okay. Also ich glaube, ich weiß auch sogar genau, wer abgestimmt hat. Ich kenne mich, also einen zumindest, da bin ich mir sicher. Von dem weiß ich, der gibt irgendwie 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr für Flive aus. Ähm, das ist derjenige, der auch irgendwie 40 Sauger-Chars immer rumstehen hat auf den meisten Servern. Wo es zumindest noch geht. Ähm, genau. Das, glaube ich, ist die Person. Genau. Also finde ich krass. Echt interessant. Ähm, Kommentare. Ja, genau. Also effektiv. Android-Free-to-Play, sagen viele. Ähm, maximal 20 Euro. Und, genau, Durchlauf, das war eben dann die Frage. Ähm, das ist übrigens interessant. Wäre Season statt Durchlauf. Oder nicht die bessere Wortwahl. Genau. Das Ding ist natürlich, es gibt halt Non-Season-Server. Zum Beispiel in Australien gibt es keine Season. Aber trotzdem spielt man nicht irgendwie ein ganzes Jahr drauf. Die meisten spielen nicht ein ganzes Jahr. Und deswegen dachte ich mir, okay, die spielen halt trotzdem vielleicht ein bisschen länger als bei einer Season. Vielleicht 4-5 Monate. Statt 2 Monaten. Und. Deswegen habe ich das eben so gewählt. Ähm, für eine Season sagt eher 100 bis 200 Euro. Was ich halt immer noch echt ziemlich krass finde. Also theoretisch. Ich weiß nicht, wer abgestimmt hat und so. Ähm, 5 oder 6 haben wir dann eben auf. Äh, 100 bis 300 Euro. Ja. Das war's mit der Umfrage, äh, mit der Umfragebesprechung. Ähm, die nächsten Umfragen kommen bald. Macht gerne alle mit. Je mehr mitmachen, desto ein größeres Daten-Set haben wir einfach. Und sagt auch gerne Freunden Bescheid, dass die mitmachen sollen bei den Umfragen. Und. Ähm, genau. Wenn ihr mich abonniert. Hehe. Schön hier geiern. Äh, dann seht ihr auch die Umfragen sofort auf der YouTube-Startseite. Beziehungsweise wenn ihr auf die Startseite geht und ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr die Umfrage. Und. Ja, immer mitmachen. Definitiv. Ganz, ganz wichtig. Ähm, am besten wären so 100, 150 Leute, die jedes Mal mitmachen. Denn dann haben wir wirklich ein repräsentatives Ergebnis. Und natürlich 40, 60, 70 sind auch schon super und so. Aber je mehr, desto besser einfach. Okay, in dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal.